Was war für mich wichtig, ich bin ein großer Angstpatient, dass das kurz vorüber geht, dass ich das überstehe und die Professionalität von euch und einfach von allen. Man ist von allen gut aufgehoben. Ich habe gesagt, ich möchte nicht zu große Zähne, ich möchte einfach wieder die Zähne, die ich gehabt habe. Ich möchte einfach jetzt in schöner Farbe und gesund wieder und das habe ich bekommen und das macht mich glücklich. Ich darf wieder den Mund öffnen, ich darf herzlich lachen und die Zähne zeigen.